Yo Leute ich bin's wieder euer DJ Dream und ich heiße euch hier herzlich kommen zu den Update Ace and Fire mit den Franzosen, ich wollte schon Japaner sagen, ach ich bin grad so ein bisschen voll in der Spur. Ja DJ hat immer noch nichts gegessen, er muss langsam mal was spüren. Langsam muss ich echt mal was mir in die Kiemen schmeißen, ich weiß nur leider noch nicht so ganz was, weil Frauchen ist in der Küche und kocht eigentlich. Aber ich weiß nicht was, ich hab Zwiebel vorhin gerochen, ich hab das Gefühl als macht sie irgendeinen Fisch oder sowas. Den Geruch hab ich auch schon vernommen, nur ich, ja, Tür ist zu, sie lässt mich nicht rein. Ja, ich werd nicht in meiner eigenen Küche, werd ich nicht reingelassen, schrecklich. Das ist ihr Refugium, hat sie mir immer erklärt und da hab ich dann gesagt, jo, klar. So, bei den Franzosen, Panzer, ist die Santal oder Sentelle, Sentinelle, nee, Sentinelle wird man ja, Santal, ich sag mal Santal einfach. Ich bin kurz davor, Chantal zu sagen, warum auch immer, ne. So ein bisschen, ne, ist man da Versuchung, Chantal zu sagen. Reingekommen, Luftabwehr, äh, Fahrzeug, ähm, ja, mit Mistral-Raketen, zwölf Stück parat insgesamt. Ja, ihr seht, in jedem von diesen Dingern hier sind sechs Stück verbaut, inklusive für Öde aber sechs, äh, äh, ne, zwölf mit euch rum. Ja, die Nachladezeit liegt bei 12, äh, ne, zwölf, genau, bei 19,5 Sekunden. Es ist schon, ja, das dauert, bis das Ding nachgeladen ist, ne. Das dauert. Panzerung haben wir keine, brauchen wir erst gar nicht zu gucken. 4 Mann Besatzung, 92 kmh. Ja, so sieht's im Innenbereich aus. Ja, das Nachladen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, aufgrund der Klappen, die hier sind, wird das wirklich automatisch, gehe ich davon aus. Man guckt sich hier die Klappen an. Hier die, obwohl, ne, 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 Ladeschütz, ein Ladeschütz, okay, der muss selber nachladen. Ich dachte vielleicht ein bisschen Automatik, aber das hätte so gar nicht funktioniert. Das würde so gar nicht funktionieren. Ne, 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 ne. Na gut, ja. Ja, Mistral, wir kennen's alle. Ja, schöne Darstellung. Bumm, zack. Die Raketen haben eine Überlast bei 12G. 1000 Meter pro Sekunde schnell, die Monster. Also da kommt keiner weg. Die Aufschaltung läuft allerdings, egal, von allen Seiten, von hinten, ne, bei 6 Kilometer. Das ist halt, 6 Kilometer ist schon eine ordentliche Sache, ne. Wir wissen alle, 6 Kilometer, da muss jetzt mal das Flugzeug recht nah rankommen. Das macht, in der Karte ist es normal. Das macht, ne, das passiert da immer wieder. Aber gerade im Realistisch kann ich mir vorstellen, ja, dass da nicht jeder sich sagt, komm, warum soll ich so mal ranfliegen. Die Luftabwehr sieht mich sowieso nicht gleich. Ja. Daher, ich frag mich nur, wo, äh, ja, wo ist hier eigentlich die Kühler? Wo ist denn hier das Radarsystem? Ach, okay, okay, also wir müssen selber schießen. Also die Raketen erfassen dann irgendwann das Ziel, aber trotzdem finde ich ein bisschen doof. Ich dachte, wir hätten hier so ein Sonderradar. Ja, hier ist, ne, Suchradar. Aber ich dachte eigentlich, vielleicht noch ein Zusatz, äh, Radar dabei. Ja gut, Reichweite 12 Kilometer, ja gut. Schade, ne, da ist man schon so verwöhnt von dem Modell, von den Chinesen. Ist ja pervers, ne. Ne, war das Italien nicht? Ich glaub, es war Italien. Aber man ist halt so sonderverwöhnt. So, hier hat sich nichts getan bei Hubschrauber, in der Luftwaffe, äh, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ne, da hat sich auch nichts dazu getan. Okay, Leute, schade, tut mir leid. Ich wollte auch schon sagen, komm, bei der Luftwaffe ist was gekommen. Ja, immer noch nicht die Liste draußen richtig. Finde ich kacke. Finde ich echt kacke. Ja gut, dann hat sich hier nicht viel getan. Was soll's. Wenn aber euch noch vieles interessiert, was da so gekommen ist, bleibt dran. Ne, im nächsten Video kommt Schweden. Und Schweden hat natürlich sehr viel bekommen. Viel bekommen. Ja. Ja. Gut, viel Copy and Paste, aber trotzdem viel kommen, ne. Muss man dazu sagen. Na gut. Dann, wenn das genug Infos zu euch war, was die Franzosen angeht, dann lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bis gleich bei den Schweden, ne. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao.